Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich wurde mehrfach darum gebeten, ob ich nicht vielleicht eine Art Leseprobe für das Buch Sammy endlich ankommen geben könnte und deswegen möchte ich gerne in diesem Video euch das erste Kapitel vorlesen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Das Buch könnt ihr für 12,99 Euro im Pelletier Verlag erstehen. Alle Infos dazu findet ihr unter diesem Video in der Infobox. Schaut gerne mal vorbei und falls euch quasi das, was ich euch jetzt hier vorlese, inspirieren sollte, die Geschichte von Sammy ein bisschen mehr erkunden zu wollen, dann kauft euch sehr, sehr gerne das Buch, supportet mich dadurch und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Kapitel 1, der Knall. Heute ist ein großartiger Tag, jedenfalls sagt Mama das. Gut, sie sagt das schon seit Tagen, aber heute glaube ich ihr. Denn auch meine Geschwister sagen es mittlerweile zu mir. Ich habe zwar nicht den Hauch einer Ahnung, warum alle so aufgeregt sind, aber ständig höre ich Oh und Ah von allen. Was passiert denn hier so Aufregendes? Was ich auf jeden Fall bestätigen kann, ist, dass von Tag zu Tag alles irgendwie lauter und heller um mich herum wird. Und ich rieche mehr. Oh mein Gott, ja, ich glaube, dass ich wirklich einen ganz besonderen Tag erleben darf. Mama leckt mir heute besonders intensiv über meine geschlossenen Augen. Mama, das kitzelt, kichere ich. Schatz, ich will dir nur helfen. Du wirst heute etwas ganz Wundervolles erleben. Sie stupst mich mit ihrer Schnauze an den Bauch. Bald kannst du über Wiesen und Felder rennen und die Schönheit des Lebens entdecken. Ich stehe auf, plumpse aber sofort wieder hin. Hey, Kleiner, sagt meine große Schwester Bella zu mir. Wenn du nur sehen könntest, wie wunderschön ich aussehe. Du könntest deinen Blick nicht von mir lassen. Sie legt sich neben mich und schnüffelt an meinen Augen. Menno, alle können schon sehen und herumtollen, während ich noch immer bei Mama bleiben muss. Ich könnte ja in den Fluss fallen, sagen alle. Was ist überhaupt ein Fluss? Ich spüre, dass die Sonne langsam in unser Nest scheint, denn es wird nach und nach wärmer. Die letzten Wochen lagen wir, Mama, meine vier Geschwister und ich immer ganz nah beieinander. Denn es ist Winter und wenn wir nicht zusammen sind, dann wird es ruckzuck kalt. Mama sagt, dass wir aufpassen müssen, damit das Eismonster uns nicht bekommt. Ich kann ja eh noch nichts sehen und es wäre zu gefährlich, die Welt außerhalb des Nestes zu erkunden. Daher glaube ich ihr. Mein Bruder Bruno hat sie gestern deswegen ausgelacht. Ganz ehrlich, Mama, hier ist niemand. Nur wir und ein paar Enten, die über das Eis watscheln. Hier sind keine Monster. Er ist so mutig. Aber er kann ja auch schon sehen. Wenn ich mal sehen kann, dann werde ich die ganze Welt bereisen. Jeden Abend kann ich Mama dann von meinen Erlebnissen berichten. Sie wird so stolz auf mich sein. Langsam bekomme ich Hunger. Ich schnüffle über den Boden, um zu entdecken, wer noch im Nest liegt. Bella ist schon wieder aufgestanden. Hm, vermutlich lässt sie sich gerade von den Enten bestaunen. Bruno ist immer noch irgendwo am Entdecken und Schnüffeln und prahlt von seinen Erlebnissen, wenn er zu uns kommt. Er war vor zwei Wochen der Erste, der seine Augen öffnen konnte. Meine Nase stupst an einen Schwanz. Das ist Emma. Sie schläft noch und schnarcht leise. Dann berühre ich eine Pfote, die leicht zuckt, als ich sie berühre. Auch Charlie chillt noch und lässt die Sonne auf den knurrenden Bauch scheinen. Schatz, hier bin ich, höre ich Mama liebevoll sagen. Vorsichtig tappe ich zu ihr und finde schnell eine Zitze. Genüsslich trinke ich mein Frühstück. Dabei wähle ich erfreut mit meinem Schwanz, damit Mama sieht, dass ich mich freue. Hier im Nest wird es von Tag zu Tag turbulenter. Erst lagen wir einfach nur da und Mama hat uns vorsichtig mit ihrer Schnauze an sie herangeschoben. So konnten wir trinken und wachsen. Mittlerweile verlassen meine Geschwister immer öfter das Nest, sodass ich oft ganz nah an Mama heranraube, damit sie mich wärmt. Aber manchmal ist auch Mama weg. Wenn auch nur kurz, aber sie muss ja auch mal etwas essen. Wenn ihr groß genug seid, dann zeige ich euch die besten Fressplätze, die es hier gibt. Tonnen voller Leckereien. Ein wahres Schlaraffenland, schwärmt sie immer wieder. Ich schmatze erfreut, als ich darüber nachdenke. Und plötzlich passiert es. Ein Knall. Gravumm! Erschrocken schaue ich auf. Ich habe Blitze vor meinen Augen und bin völlig gelähmt. Bruno kommt zum Nest gerannt. Mama, Mama, ich war das nicht. Wo ist Bella? Fragt Mama ängstlich. Wir schauen uns um. Zu fünft liegen wir im Nest, aber keine Spur von Bella. Mama springt auf und schubst mich dabei aus Versehen um. Ihr bleibt bitte hier. Ich muss Bella suchen. Sagt sie mit ernster, bestimmter Miene. Niemand käme auf die Idee, ihr zu widersprechen. Winsel sitzen wir im Nest, während Mama durch den Schnee rennt. Bella? Bella! Bella! Ruft sie verzweifelt. Wir rücken ganz nah zusammen und mir kullert eine Träne die Wange runter. Selbst Bruno sieht verängstigt aus. Was ist denn passiert? Fragt ihn Charlie. Hast du irgendwas gesehen? Fragt Emma. Natürlich sind sie durch den lauten Knall wach geworden. Ich weiß es nicht genau, sagt Bruno, der noch total außer Atem ist. Wir haben Schneeplumpsen gespielt. Ich war dran und sie sagte noch, dass ich sie dieses Mal sicherlich nicht finden werde. Oh mein Gott, ich hoffe nicht, dass sie sich den großen Schneehaufen ausgesucht hat. Ich reibe meine Augen und schaue ihn an. Welchen großen Schneehaufen meinst du? Frage ich. Charlie reißt seine Augen weit auf. Es gibt da einen ganz großen Schneehaufen, in dem man sich super verstecken kann. Aber um da reinplumpsen zu können, muss man nach oben gehen. Auf die Brücke. Emma wirft sich auf die Seite und zieht ihren Schwanz ein. Sie zittert. Oh nein, dort oben dürfen wir nicht hin, winselt sie mit zittriger Stämme. Mamas Rufe nach Bella werden immer leiser und bibbernd schlafen wir langsam ein. Als ich wach werde, ist es schon Mittag. Mein Bauch sagt es mir, denn ich habe einen riesigen Hunger. Oh je, wie kann ich jetzt nur Hunger haben? Meine Schwester ist verschwunden und Mama ist nicht bei uns. Beschämt schaue ich in die Runde. Bruno sitzt aufrecht, aber noch in unserer Kuschelrunde. Seine Ohren sind aufgestellt. Als er merkt, dass ich auch wach bin, bedeutet er mir leise zu sein. Hörst du das auch? Ja, das sind Schritte. Vorsichtig gehe ich an den Rand des Kartons, der unser Nest ist. Erst schnüffle ich, rieche jedoch nichts Unbekanntes. Okay, Sammy, jetzt reiß dich mal zusammen, murmle ich nur so laut, dass ich es selbst höre. Erst stecke ich nur meine Schnauze nach draußen. Die Schritte werden lauter. Langsam werden auch Emma und Charlie wach. Was macht der da? Ist der verrückt? Höre ich meine Geschwister von hinten murmeln. Nun strecke ich auch meinen Kopf aus dem Karton und sehe sie. Mama! Sie trägt Bella in ihrer Schnauze, die schlaff herabhängt. Was habt ihr euch dabei gedacht? schnauzt Mama Bruno an. Ihr wisst doch, dass das Eismonster da draußen ist. Angst, Verzweiflung und Wut liegen in ihrem Blick. Bruno wagt es nicht, ihr zu widersprechen. Schuldbewusst starrt ihr auf Bella, die sich immer noch nicht bewegt, obwohl alle sie trocken lecken und vorsichtig anstupsen. Sie atmet schwach. Lass sie uns wärmen, sagt Emma besorgt, mit Tränen in den Augen. So kuscheln wir uns ganz eng zusammen und schlafen ein. Plötzlich sind da weitere Knaller und Kracher, die uns aus dem Schlaf reißen. Mama sitzt bereits aufgeregt im Eingang. Es ist Silvester. Das Eismonster lässt es dann immer ganz besonders krachen, knurrt Mama. Mittlerweile glauben wir ihr, dass es das Eismonster gibt. Wir tapsen zum Eingang des Nestes und schauen in den Himmel. Er ist dunkel, weil es schon Abend ist, aber bunt? Mama, ist das immer so bunt? Frage ich sie vorsichtig. Bei jedem Knall erschrecke ich mich erneut und zucke zusammen. Schatz, du hast deine Augen ja geöffnet. Erst jetzt fällt es auch mir auf. Klar, der Knall hat mich heute Morgen so sehr erschreckt, dass ich es gar nicht bemerkt habe. Mama lächelt und leckt mir liebevoll über mein Gesicht. Nein, Schatz, das ist nur einmal im Jahr. Ein furchtbarer Tag, an dem schreckliche Dinge passieren. Gedanken verloren schaut sie in den Himmel. Auf einmal hören wir ein leises Winseln aus der Ecke des Nestes. Mama, ruft Bella ganz schwach. Sofort gehen wir zu ihr. Es tut mir leid. Ich wollte cool sein und von der Brücke in den großen Schneehaufen springen. Bellas Stimme versagt immer wieder, während sie leise flüstert. Plötzlich stand es vor mir. Das Eismonster mit seiner ganzen Familie. Mama, sie haben eine Explosion gemacht. Und ich hab mich erschrocken. Bella winselt. Und deswegen bist du von der Brücke in den Fluss gefallen, fragt Mama besorgt. Bella nickt schwach. Während wir uns wieder in der Kuscherunde wärmen, fasse ich einen festen Entschluss. Ich werde niemals Schneeplumpsen spielen, geschweige denn auf die Brücke gehen. Kein besonders schöner Tag, um die Augen zu öffnen, fragt Charlie mich. Traurig schaue ich auf meine Pfoten. Nein, antworte ich bedrückt. Ja, ihr Lieben, das war jetzt das erste Kapitel von Sammy endlich ankommen. Es ist eine turbulente Geschichte, die sich selbstverständlich noch sehr interessant weiterentwickeln wird. Und wie es weitergeht, kannst du halt herausfinden, wenn du einfach mal in das Buch reinliest. Ja, schreibt gerne mal, falls ihr das Buch selber auch schon gekauft habt und wie so eure Meinung ist. Ich hab schon auf Instagram super viele Nachrichten von euch bekommen und hab mich da auch total drüber gefreut. Über eure Reviews, über eure Einschätzungen. Tatsächlich mit sehr, sehr viel Lob. Also vielen, vielen Dank. Und ja, ich hoffe, dass ihr jetzt auch so ein bisschen mal sehen konntet, wie, oder hören konntet vielmehr, wie mein Schreibstil so ist. Und wie ihr euch ungefähr die Geschichte von Sammy und seiner Familie vorstellen könnt. Das war's jetzt auch hier von mir. Schaut, wie gesagt, gerne in der Infobox vorbei. Da habe ich euch alles soweit verlinkt. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Sammy-Videos. Ja, hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!